Privet Genossen, mein Name ist Steven und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei JWC mit dem ersten Video. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich habe diverse Komplikationen der Zeit. Ich habe mir zwei Finger gebrochen und kann dementsprechend nicht zocken. Wir spielen hier noch eine World of Warship mit der guten alten Dresden ins Gefecht. Entschuldige mich bitte wegen der Grafik, die ist ein bisschen sehr schlecht ausgefallen. Ich zocke das Spiel auf Mittel, damit ich es noch einigermaßen zocken kann während der Aufnahme. Laut dem Spiel spiele ich so im Durchschnitt mit 20 FPS, aber irgendwie empfinde ich das nicht wie 20 FPS. Ihr könnt eure Meinung bilden, indem ihr dieses Video schaut. Ja, aber das ist nur nebensächlich, damit da überhaupt irgendwas im Hintergrund abgespielt wird, denn hier geht es um meine Stimme. Ich möchte mich ein bisschen vorstellen und ein bisschen darüber sprechen, was ich in Zukunft geplant habe. So, mein Name ist Steven, ich bin derzeit, Stand 2016, Entschuldigung, ich bin schon ein Jahr weiter, 21 Jahre alt. Und derzeit bin ich noch in der Ausbildung zum Elektriker für Energie und Gebäudetechnik. Und ja, ich wollte einfach das Hobby YouTube nicht aufgeben. Mit meinem alten Kanal OneWall habe ich natürlich vieles verloren, 3000 Abonnenten. Ich glaube in der Spitze waren es 5000. Zum derzeitigen Stand sind es noch 3000. Alle Videos gelöscht und ja, alles doof gelaufen. Da war auch viel Geschichte mit drin, aber darüber wollte ich nicht sprechen. Ich wollte um diesen Kanal sprechen, denn hiermit möchte ich meinen Coming Back feiern. Und ja, einfach mal was Neues machen. Okay, in dem Sinne nichts Neues, weil ich möchte ja dasselbe Prinzip übernehmen, spielen, kommentieren. Und euch ein wenig damit unterhalten. Ob das gut ankommt, das werde ich im Laufe dieses Kanals sehen. Ja, wenn ich jetzt sehe, das läuft einfach nicht, das ist einfach scheiße. Keiner guckt sich meine Videos an und ich kriege kein Feedback, dann lasse ich die ganze Kacke auch sein. Aber wir werden sehen. Ich bin optimistisch und gehe mit guten, mit ja, ziemlich guten Gefühlen an die Sache dran. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, auf diesem Kanal habe ich geplant. Ja, man kann noch nicht so viel planen. Erstmal muss ich mir die Tage ein neues Equipment zulegen, weil es ist einfach doof, hier mit dem Rechner mit 20 FPS Spiele zocken. Ja, ist doch scheiße. Mein aktueller System, mein aktueller System ist ein Intel Corto Quad Q9950 oder irgendwie sowas. Eine AT5750, also es ist jetzt nix high-end. Damals, vor drei Jahren, war das echt geil. Ich konnte alles spielen, was ich wollte, nur jetzt. So langsam geht der in die Knie, auch mit dem Rendern. Das klappt nicht mehr, alles so super. Programme dauern ewig. Deswegen muss da irgendwann mal was Neues her. Aber dieses nur vorab nicht in naher Zukunft, weil ich muss erstmal meine Ausbildung auf die Reihe kriegen. Dann brauche ich auch noch Neues Auto und privat möchte man natürlich auch noch was machen. Deswegen etwas Zeit. Aber bis jetzt kann ich ja noch spielen und klappt noch alles, Rendern geht und und und. Deswegen, ja, müssen wir es erstmal mit der alten Gurke hier noch schaffen. Geplant ist erster, in erster Linie hier sowas zum Beispiel. Ja, World of Warship. Meiner Meinung nach ein so ultra geiles Spiel. Ich finde es so Bombe. Es macht mir so viel Spaß. Gucken wir, wie es bei euch ankommt. Und, ähm, als Zweitprojekt habe ich derzeit geplante Minecraft Skyblocks, was mir persönlich auch unnormal Spaß macht. Ähm, und, ja, darauf werde ich dann halt aufbauen und eure Wünsche dementsprechend dann auch anpassen. Ja, wenn ihr was anderes mal sehen wollt oder generell, ähm, irgendwas. Ja, dann müsst ihr mir halt einfach schreiben. Ja, das Video neigt sich auch schon ziemlich schnell dem Ende zu. Ich wollte eigentlich noch viel mehr labern, aber das geht nicht. Ja, ähm, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Die Tage geht's los, sobald mein Gips hier von der Hand weg ist. Und, nur die vorab Information. Tut mir leid, dass das Video also dürft nicht ausgefallen ist. Ja, an dieser Stelle, schreibt mir in die Kommentare. Würde mich freuen. Abonniert mich. Für die Leute, die mich noch kennen. Noch. Und, die meine damaligen Videos gefeiert haben. Ich würde mich freuen. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ciao, Nebel Leroy. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Euer Steven hier von JWCU. Und freut euch auf die Zukunft. Ich denke, wir können einiges schaffen. Und das werden wir auch. Okay, Leute. Peace out. Macht's gut. Und hiermit einen richtig schönen Sieg. Peace. Peace, Leute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020